um den Adnitz kinisch aufzuholen und dafür steht ihm fast seine Bissung Franz-Jürgen Willewski ab. Felix Magath ist dabei, hier am Ball Thomas von Hesen, der Blonde dieser ersten Minute für den HSV. Felix Magath ist dabei, Manfred Kals soll ihm trotz leichter kniebisch werden im Mittelfeld assistieren. Horst Rubisch stürmt im Angriffszentrum. Alle nicht hundertprozentig fit, aber es muss sein in einem solchen Spiel, in dem es um einen hohen sportlichen Preis, aber auch um viel Geld für Spieler und Verein geht. Der HSV, Sie haben ihn erkannt, ganz in weißer Spielkleidung, zunächst von rechts nach links. Radnitz kinisch hat sich offensichtlich auf eine Abwehrschlacht eingestellt, mit fast der gleichen Mannschaft wie vor zwei Wochen im Hinspiel. Nur Rindschic mit der Nummer 4 spielt für Bojovic, der zur Zeit seinen Militärdienst ableisten muss. Panajotovic, dessen Einsatz allgemein erwartet wurde, sitzt zunächst auf der Bank. Schiedsrichter dieser Begegnung André Deiner aus der Schweiz, selbst einmal ein guter aktiver Fußballer bei Lausanne Sport. Kein Unbekannter für den HSV, er leitet bereits das UEFA Pokalspiel in Bordeaux. Aber jetzt die Jugoslawen mit Obradovic, ihrem Kapitän, mit der 7, das ist Stojelkovic und Abstoß vom Hamburger Tour. Stojelkovic mit der 7 zweifellos bester Angreifer von Radnitz kinisch. Zumindest war er dies im Hinspiel, drippelstark, schnell. Auf ihn musste HSV in dieser Begegnung besonders achten, denn über diesen schnellen gefährlichen Mann werden die Jugoslawen vornehmlich ihre Konter anzulegen versuchen. Hier aber Holger Hieronymus, der Hamburger Libero und was entscheidet der Schiedsrichter, Freistoß, Finish. Mit der 8, Thomas von Hesen. Zuletzt recht gut herausgekommen beim Hamburger Sportverein. Torschütze im Hinspiel in Nisch. Soran Milenkovic, der gute Torhüter der Gäste. Mit der 7, Wehmeyer. Rechts bietet sich Manfred Kals an. Jürgen Groh. Ja, und das sind diese Konter, auf die der HSV achten muss. 2 gegen 3. Gut gestoppt, fair gestoppt, vor allem von Hieronymus. Und gleich ein Fehlpass hinterher. Gavrilovic. Mervosität in diesen ersten Minuten bei beiden Mannschaften, vor allem auch bei den Hamburgern. Maggert Dietmar Jakobs, der zuverlässige Vorstopper. Der HSV bemüht sich jetzt, Ruhe in seine Aktionen zu bekommen. Gut gespielt, ein bisschen zu steil. Kein Eckstoß, Spiel läuft weiter. Soran Milenkovic. Der lange im Schatten von National-Torhüter Pantelic stand. Und Elis. Pantelic jetzt zwischen den Pfosten von Girondin Bordeaux. Ein Jugoslave verletzt am Boden nach diesem Zweikampf. Offensichtlich Wojinovic, der Libero mit der 5. Groh und Karls am rechten Flügel, dann Bastrup. Hieronymus häufig im Angriff zu finden, genauso wie Wehmeyer, Rubesch, von Hesen. Angriff muss neu aufgebaut werden, über Karls, dann über Groh. Noch einmal Hartwig. Ja, torgefährlich ist er, das muss man ihm lassen, wenn ihm auch in den letzten 2-3 Begegnungen kein Treffer gelungen ist. Auf Jimmy Hartwig muss man immer achten, vor allem auf seine Kopfballstärke. Wir sehen, er ist eine Viertelstunde gespielt, 1 zu 0 Führung für den Hamburger Sportverein. Und mich wundert eigentlich, wie häufig die Angreifer des HSV bisher an die hohen Flanken herankommen. Denn im Abwehrzentrum von Radnitz-Pinisch stehen mit Drisic und Wojinovic immerhin zwei hoch aufgeschossene Spieler. Drisic, der Bewacher von Rubesch, misst immerhin 1,92. Unterliebeholung, 1,87. Stojelkovic. Alexic ist das mit der 10 bisher wenig in Erscheinung getreten, genauso wenig wie Obradovic. Einwurf für den HSV. HSV hat in dieser Phase Mühe, das Mittelfeld zügig zu überbrücken. jetzt ist es ihm gelungen mit ironimus und wieder die flanke auf bastrup das 2 zu 0 thomas von hesen genauso erfolgreich wie schon im ersten spiel in der vergangenen woche noch beim juniorenländerspiel ebenfalls torschütze zum 1 zu 1 und hier rubisch eng markiert thomas von hesen völlig freie bahn das 2 zu 0 für den hsv knapp 20 minuten gespielt schon eine vorentscheidung warten wir es ab der hsv jetzt doch deutlich überlegen von hesen wehmeyer jugoslawen jetzt mit sieben acht spielern im und am eigenen strafraum alexic dann stojilkovic zwei gegen zwei mosan holger hiron muss vorbei schafft es etwas zu weit abgesetzt aber dennoch ein sehr guter schuss uli stein zwar noch mit den fingern am ball aber der schiedsrichter entscheidet dennoch auf abstoß eine gute aktion von stojilkovic hier sehen wir sie noch einmal wie er mit einem kurzen seiten trick vorbeigeht an ironimus und dann das tor nur knapp für vier ein fehler von thomas von hesen dadurch die jugoslawen rubisch drisic der 1 meter 92 große vorstopper immer bei ihm kein abseits von hesen an die latte und tor der treffer zählt kein abseits das 3 zu 0 vorschütze wiederum jimmy hat dieses alles noch einmal in der zeitland das ist natürlich eine vorentscheidung zunächst vorst rubisch die jugoslawen reklamieren abseits milenkovic mit den fäusten dazwischen querlatte und dann mit letztem einsatz und dem pop trotz behinderung eines gegenspielers das 3 zu 0 durch jimmy hartwig sein zweiter treffer heute bereits an diesem abend schlussphase der ersten halbzeit hat begonnen vielleicht noch gut zwei minuten stojilkovic sichere 3 zu 0 führung für den hamburger sportverein nach keinem überragenden spiel aber der liste im hsv verdenken dieser anstrengenden phase der meisterschaft des ueva pokals dass er jetzt nach diesem 3 zu 0 nur das notwendigste tut von hesen rober startet dann bastrup zu hoch angesetzt dieser distanzschuss aber was soll es knapp 40.000 sind zufrieden das ergebnis sagt alles 3 zu 0 gegen einen das muss man auf dem bisher schwachen gegner in dessen reihen vielleicht zwei drei überdurchschnittliche spieler stehen ansonsten als mannschaft selbst in der abwehr konnten die jugoslawen bisher nicht überzeugen alle tore nicht unbedingt zwingend herausgespielt beim hsv häufig begünstigt durch schwächen durch fehler beim gegner aber die hamburger können es ruhig angehen lassen was sie jetzt auch in vielen phasen tun der gegner verlangt wie denn nicht alles wer nikolitsch kasper memering der keine mühe hat sofort bande zu finden zu seinen mitspielern rubesch hamburger wissen natürlich nur noch kurz zu spielen bis zur halbzeit kräfteschonen heißt die devise am samstag geht es ins olympiastadion nach münchen zu einem besonders wichtigen bundesligaspiel zum titelverteidiger und meisterschaftsmitgang werden zum fc bayern auf der anderen seite sollten sich die spieler vielleicht doch vergegenwärtigen ein gut gefülltes stadion die fans haben nicht wenig bezahlt vor allem für einen tribünenplatz und können dafür natürlich einen gewissen gegenwärt erwarten eine leistung die von den toren vom 3 zu 0 vorsprung bisher bis zum halbzeitkipp von andré deiner aus der schweiz stimmt aber spielerisch könnte vielleicht das ein oder andere noch in den 2.45 zukommen 3 zu 0 führt der hsv sicher nach 45 minuten anstoß zur zweiten halbzeit von andré deiner aus der schweiz die jugoslawen haben ausgewechselt haben ihren joker gebracht panajotovic der mann der im hinspiel gesperrt war wegen zweier gelber karten und der mann der mit zwei treffern dann die united im viertelfinale aus dem ueva pokal wettbewerb heraus geschossen hat er soll jetzt beim stande von 0 zu 3 aus der sicht von ratnitzkinisch die wände herbeiführen alexic nikolic war das noch einmal ein grober fehler von borjinovic natürlich hatte torhüter milenkovitsch seinen strafraum verlassen handspiel freistoß torrentfernung 19,20 meter große chance zum 4 zu 0 schon in dieser ersten minute der zweiten spielhälfte torchance für felix margat jetzt allerdings freistoß die jugoslawen immer noch zu dicht am ball der jetzt freigegeben wird schlechtes zusammenspiel zwischen margat und rubisch von esen zwei gegenspieler balle maus abstoß vom tor hartwig zwei fahrtorschütze da vergibt man ihm manchen abspiel fehler von esen gut gespielt hartwig eckstoß eckstoß nikolic ist das mit der neuen in der ersten halbzeit zurückhängender mittelstürmer jetzt mehr in der abwehr zu finden hat seinen platz räumen müssen für panajotovic eckstoß kalt von esen und tor das 4 zu 0 ja ich sagte ihm frechspiel der mutig selbstbewusst und dieses tor unterstreicht meinen kommentar ein herrlicher treffer zum 4 zu 0 jetzt wird es bitter für die jugoslawen stokilkovic nach guten szenen in der anfangsphase ziemlich untergetaucht im mittelvermaß genau wie seine mannschaftskameraden aber er hat auch in dieser szene noch einmal untersprechen dass er zweifellos der gefährlichste angreifer von radnitz genisch ist wehmeyer gegen nikolic jacobs schöner pass auf von esen noch ein trick und noch ein schuss da fehlte nicht viel da auf Vielen Dank. Freie Bahn für Manfred Kals. Mit links. Oh, welcher ein Schuss. Von Hesen. An die Latte von Hartwig. Spiel läuft weiter. Immer noch der ASV. Rubesch. Und Tor. Felix Magath ist der Schütze. Das 5 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Georgievic und Gavrilovic. Nikolic sieht im Mittelfeld alles ganz gefällig aus, was die Jugoslawen hier vorführen. Vorführen, Nobradovic. Nur am Strafraum, so wie hier bei Panajotovic. Da ist es mit der Kunst vorbei. Memerik. Ganz deutlich zu sehen. Kaum noch Bewegung im Spiel des Hamburger Sportvereins. Kräfte werden geschont. Verständlich. Am Stande von 5 zu 0. Die beiden UEFA-Pokal-Hinspiele am 5. und 19. Mai sind erreicht. Noch ein Wechsel beim Hamburger Sportverein. Mit der Nummer 13. Boriza Georgievic. Georgievic, kein Abseits diesmal. Sehr schön gemacht. Panajotovic, der Mann, der die Tore schießen sollte. Eins hat er geschafft. Und zwar ein sehr schönes, durch die Geweine mit dem Hackentrick ins lange Eck vor Bayern Ulli Stein. 5 zu 1 nur noch. Ein schöner Treffer. Zu gönnen ist der Radnitz Ginesch den Jugoslawen. Verdienen haben sie ihn eigentlich nicht, denn die Leistung insgesamt war doch zu schwach. Nur noch wenige Minuten im Hamburger Volksparkstadion zu spielen. Die Partie ist natürlich lange entschieden. Der HSV führt 5 zu 1 gegen Radnitz Ginesch. Und hat das 1 zu 2 aus dem Hinspiel vor zwei Wochen in Jugoslawen mehr als Wett gemacht. Hat damit die beiden UEFA-Pokal-Endspiele am 5. und 19. Mai erreicht. Dreimal stand der HSV bisher in einem europäischen Pokal-Endspiel. Vielleicht zur Erinnerung noch einmal, wo hier die Jugoslawen mit Djordjevic eine Chance haben. 1968 in Rotterdam 0 zu 2 Verlierer gegen den AC Mailand bei den Pokalsiegern. Dann 1977 der Große in Amsterdam über den RSC Anderlecht. 1980 dann das unglückliche 0 zu 1 von Madrid gegen Nottingham Forest bei den Landesmeistern. Ein UEFA-Pokal-Endspiel war bisher noch nicht dabei. Dietmar Jakobs, Bastrup. Noch einmal Foul, Freistoß in dieser Schlussphase für den Hamburger Sportverein. Unmittelbar in der Nähe der Strafraumgrenze. Ein deutlicher Sieg des HSV, der ihm relativ leicht gefallen ist heute gegen einen überaus schwachen Gegner. Dem man eigentlich gar nicht zutrauen konnte, so weit in diesem Wettbewerb vorzudringen. Der ja immerhin renommierte Gegner mit Neapel, mit Glashopper Zürich, Fejenoord, Rotterdam, dann die United ausgeschaltet hat. Und der aber heute Abend hier in Hamburg erkennen muss, Glück für Milenkovic an die Querlatte. Erkennen muss, wie weit der Weg noch bis zur europäischen Fußballklasse ist. Radnitz Ginisch. In diesem Jahr lange Abstiegskandidat in Jugoslawien. Und so spielte die Mannschaft über weite Strecken heute Abend im Hamburger Volksparkstadion. HSV deutlicher Sieger, der Schlusspfiff 5 zu 1. Sie freuen sich. UEFA-Pokal-Hendspiele, wie gesagt, am 5. und 19. Mai geschafft. Zuerst auswärts die Entscheidung dann am 19. Mai hier an gleicher Stelle im Hamburger Volksparkstadion. Ein großes Ziel in dieser Saison hat der HSV fast erreicht. Einem Ziel ist er ganz nahe gekommen. Wir werden der Chronistenpflicht genügen.